Diese Musik ist hot, kraftvoll, leidenschaftlich. Verstörend, brutal, hoher Risiko. Tagsüber werde ich heingenommen, von der Geschwindigkeit und dem Lärm. Ich lasse mich gerne treiben in den unzähligen Nebensächlichkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Nacht ist meine Zeit. Frieden, Stille, Satt, Dunkelheit. Ich brauche diese Isolation. Es ist eine Bedienung. Wenn alles ausblendet und sich schlafen legt, gibt es nur noch dich und das weisse Blatt Papier. Eins zu eins. Das entsetzlichste und spannendste Gefühl zu greifen. Das ist wo der Game of Nerves beginnt. Der Nervenkrieg. Wir stachen uns unzählige Stunden und Tage an. Staring at each other. Moment, die Patne und Euphorie sind im ständigen Wechsel zwischen Qual und Euphorie. Schlaflos. Rasslos. Wie ich diesen Kick liebe. Ich liebe diesen Trill. Ich liebe diesen Trill. Leben und tun alles mit absolutem Commitment und Devotion. Exzessiv. Exzessiv. Das war super. Danke. Kannst du nicht mit Holz, aber lieber mit Xylophon spielen? Nein, aber leise. Ja. Aber jetzt im Augenblick haben wir das hier gehabt, oder? Das hier gehabt. Ja. Und mit allem, also mit Gummi kann man auch noch versuchen. Nein, du hast das. Aber dann ist das hier und ganz, ganz weich. Aber das kriegt man nicht. Ich hole mal schnell meine Schläge-Tasche. Genau. Und auch gerieben willst du das, oder? Mhm. Mit diesem Metall. Ja. Das wäre jetzt sehr grob. Ich halte das mal und du darfst anhören. Danke. Diese Musik hat etwas zu sagen. Sie muss den Zuhörer erschüttern. Worauf es wirklich ankommt, ist, dass niemand gleichgültig bleibt. und gar nicht zu sein. Sie bedeutet, dass wir uns nicht ausfällehen müssen. Keine Liebe zum Zuhörer gewann Untertitelung des ZDF, 2020